Ja, unheimlich bittere Niederlage, es ist klar, dass wir alle sehr, sehr enttäuscht sind, die Spieler sehr enttäuscht sind, weil sie ausgeschieden sind, obwohl sie eine tolle Energieleistung heute gezeigt haben, ich glaube, eine tolle Moral gezeigt haben, gut gefightet haben, drei Tore erzielt haben, eigentlich auf der Siegerstraße waren und dann ein Tor bekommen, wo wir sehr, sehr beteiligt sind, weil wir eine Flanke nicht verhindern können und dann eben Martin Astasic mal klären will und da den Ajax-Spieler anschießt und der dann ins Tor prallt und das ist natürlich sehr, sehr bitter, in der 110. Minute so ein Tor zu bekommen und jetzt gilt es, es zu verarbeiten, die Jungs wieder aufzurichten, es ist klar, dass wir eine riesen Chance heute liegen gelassen haben, wenn wir 3 zu 0 führen, dann müssen wir das auch über die Zeit bringen, mehr Ballbesitz spielen und eben nicht in so eine Situation geraten, dass wir so einen langen Ball da in unseren 16er reinbekommen und dann eben beim Klärungsversuch da dem Gegner ins Halbfinale verhelfen, das ist natürlich sehr, sehr schade heute.